Fingerstenno-Schreibraum Der Fingerstenno-Schreibraum ist durch ein Liniensystem von vier Linien gekennzeichnet. Namentlich, untere Grenze, Grundlinie, Oberlinie, obere Grenze. Den Abstand zwischen zwei benachbarten Linien nennt man eine Stufe. Einfache Fingerstenno-Zeichen befinden sich in diesem Schreibraum, der wie eben beschrieben ist. Komplexe Fingerstenno-Zeichen können die Grenzen jedoch überschreiten. Das werden wir alles später im Einzelnen beschreiben. Der Schreibraum liegt nur zur Orientierung. Er braucht nicht explizit als Liniensystem einem Stenogramm zugrunde liegen. Er macht ihn mit schreibraum. Geben Sie einfach auf die Grenze. Er macht ihn ganz neues.